Hallo zusammen, wir sind hier bei MyConnect in Unterwitziken. Mein Name ist Stefan Graf. Hier die Handy und Internet sowie Fernseher zur Grundversorgung gehören, dürfen wir offen behalten und erwartet euch gerne hier im Laden. Wir sind also bereit, euch persönlich mit der richtigen Distanz zu beraten. Nach der Oster haben wir sogar eine spezielle Geschenkgutsche Aktion für euch.